Hallo, mein Name ist Susie Morris und ich bin Künstlerin aus London. Heute möchte ich die Blautöne aus der Moussini-Reihe vorstellen. Farbe hat eine starke Wirkung auf uns, auf der Gefühlsebene wie auf der Wahrnehmungsebene. Die Moussini-Farben sind dabei ultimativ in Brillanz und Reinheit. Blau-Pigmente wurden einst aus Lapislazuli hergestellt und waren eine der exotischsten und mysteriösesten Farben überhaupt. Über Jahrhunderte nutzten Künstler die Farbe Blau für die Darstellung großartiger flüchtiger Blicke in Welten jenseits unserer eigenen. Der anspruchsvolle Fertigungsprozess bei Schminke hat seine Wurzeln in der Praxis der alten Meister ausgewählte Öle mit Naturharzen zu kombinieren. Und er geht auf das späte Mittelalter zurück. Ich liebe dieses Mangan-Kölin-Blau. Es ist ein brillantes, halblasierendes Blau mit leichtem Türkiseinschlag. Wenn man bedenkt, dass Kölin-Blau erst vor 200 Jahren erfunden wurde, erinnert uns das daran, dass es etliche heute verwendete Farben gibt, die den großen Meistern in der Vergangenheit gar nicht zur Verfügung standen. Das Original-Pigment wurde ab ca. 1930 industriell hergestellt, war dann aber viele Jahre lang nicht mehr verfügbar. Der Mossini-Farbton wird heutzutage mit den besten modernen Pigmenten hergestellt. Zwei Sorten Phthalo-Cyanin-Blau und Zinkweiß. Die Herstellung der Mossini-Töne ist sehr anspruchsvoll. Nahezu 100 verschiedene Pigmente werden in dieser Sorte eingesetzt. So erhalten Sie immer genau den Farbton, den Sie wollen. Ich füge ein wenig Schminke-Dilotent N hinzu, ein geruchloses Verdünnungsmittel für Ölfarben, gut für diejenigen, die empfindlich auf Terpentin reagieren. Ich kann es auch als Pinselreiniger verwenden. Der Anteil an beigefügtem Medium hat natürlich Einfluss auf die Trocknungszeit der Lasuren. Als dunkleres Blau verwende ich das Mossini Indigo. Ich helle es mit ein wenig Weiß und einem anderen grandiosen Blau auf, dem Lasure-Orient-Blau. Die Reinheit des Pigments finde ich wunderbar. Sie macht das Leben so viel einfacher, da man meist nur zwei oder drei Töne mischen muss, um genau den gewünschten Farbton zu erhalten. Meine Leidenschaft ist zweifelsohne die Farbe und ihr Einfluss auf Menschen. Mein persönlicher Malprozess erfordert viel Zeit, in der ich die Farben auf der Palette vormische, bevor diese auf die Leinwand gelangen. Richtig toll sind Mischungen aus Königsblau hell mit etwas Mossini Lasur Orange, um das Blau abzuschwächen und dieses wunderschöne Blaugrau zu erhalten. Eine andere schöne Mischung entsteht mit Lasur Türkis und etwas Königsblau hell. Dies ist eigentlich ein deckender Farbton, der die Transparenz etwas abschwächt. Zusammen erhält man dieses wunderbare, wirklich tiefe Meergrün bzw. Türkis. Ich verwende es auch in meinem Gemälde Virus 5. Ich baue meine Bilder in vielen Lasurschichten auf und die Mossini-Farben sind für diesen Zweck perfekt. Durch den hohen Harzanteil, der den Farben Glanz, Leuchtkraft und Brillanz verleiht, sind sie mit keiner anderen Farbe vergleichbar. Für mich repräsentiert die Farbe Blau Ruhe und Gelassenheit und sie ist auch die Farbe des Planeten, auf dem wir leben. Vor allem in den Schminkesorten Mossini und Norma Professional, aber auch in der Akademie Öl, gibt es eine breite Auswahl an Blautönen zu entdecken. Für weitere Informationen zu allen Schminkeprodukten empfehle ich die Schminke-Website. Künstler finden hier ausführliche und hilfreiche Informationen von Sicherheitsdatenblättern bis hin zu Anleitungen, wie alle Produkte zu verwenden sind.